Wie stehst du zur Fahrradpolitik? Fahrrad. Ja, ich stehe ja positiv. Sehr politisch. Was erwartet man von mir zu dieser Frage? Irina Gajdukova, die auf Listenplatz 2 für die Bundestagswahl nominiert wurde. Sie soll Fragen zu bundespolitischen Themen beantworten und gerät massiv ins Schleudern. Auf bundespolitische Themen angesprochen, fielen der Saargrünen kaum Antworten ein. Wie willst du soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sinnvoll verbinden? Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sinnvoll verbinden. Wie willst du das machen? Habe ich Zeit zu überlegen? Kannst du den Zettel auch legen, wenn du das willst? Ne, ne, ist eine klasse Zahl. Ich überlege nur, wir verbinden soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Ob es sich bei Gajdukovas Darbietung letztlich um einen Aussetzer oder tatsächliche Wissenslücken handelt, blieb bis zuletzt unklar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017